Ein getrüffeltes Tatar vom Kalbsrücken, Kartoffelcreme, Erdäpfelchips, weißer Alba-Trüffel. Cremesuppen vom Muska-Kürbis, noch ein Nudeltascherl, Schafkäsefülle drinnen, oben drauf ein gerösteter Kürbis-Kern und natürlich ein bisschen Kerngäbel. Lecker! Und jedes Mal so Lisches gibt es eine neue Kreation. Immer drei bis vier Sachen. Super caramelisiert, Zwiebel, Weißgarten dazu. Das ist ein Erdäpfel-Dorf, wie sie oben gemacht hat. Gekochte Erdäpfel. Das ist der Schweinsbauch, der ist gemöckelt. Ja? Ja. Oh, das ist so schön, ja?